Dann gehst du jetzt dahin, holst dir das Kind und bringst es zu mir. Es war dieses Baby. Es hat Lukas umgebracht. Verstehst du? Lass es verschwinden. Für immer. Ich brauche deine Hilfe. Sie heißt Luz. Du wirst mutig und stark werden. Und du sollst kostbar sein. Ihr Großvater weiß es. Ihr habt beide gelogen. Ihr habt mir nie von meinem Großvater erzählt. Luz, Luz! Komm sofort zurück! Großmutter sagt, dass unsere Schutzengel Tiere sind. Meins ist ein Glühwürmchen. Und sie zeigen uns immer den richtigen Weg, meine Kleine. Es ist ein Internat. Eine Schule, in der die Kinder auch wohnen. Wie ist dein Dame? Joker, ich vertraue dir. Das ist alles eine Schule? Es ist das perfekte Versteck. Niemand verlässt diesen Raum, bevor wir erfahren haben, wer du wirklich bist. Hab ich was verpasst? Hat man mich rausgeschritten? Alles unsere Schrift? Was? Papa! Papa! Danke, Leute. Ihr seid echt die besten Freunde. Du kannst ihm vertrauen. Das ist Professor Markus, unser Biologielehrer. Er ist ein bisschen wie ein Vater für uns alle. Ich bin eine Kamee. Wir sitzen nicht herum und warten darauf, dass etwas geschieht. Sondern wir sorgen dafür, dass es geschieht. Man weiß nie, wann in der Schule mal wieder eine Superheldin gebraucht wird. Wenn die Dunkelheit dich umgibt, dann suche das Licht in dir. Es wird dir den richtigen Weg zeigen. Aber es wird dir das Licht in dir мир知道于 einem der weChat. Es wird dir gefolgt. Mein Vater für den Weg, der, der figur vagy 5 Jahre alt ist. Monate mal.